Ja, liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Doch, in der letzten Folge haben wir ein bisschen, haben ein paar Androiden befreit und alles drum und gerade mussten entscheiden, ob wir die Cops töten oder leben lassen. Ich habe mich fürs töten entschieden. Ich muss gerade mal kurz gucken. Mein Fernseher will sich wieder ausschalten. Moment. So. Let's go. Weiter geht die Reise. Mit Hank. Neutral. Immer noch unsterblich, Connor. Sozusagen. Weißt du, ich habe gehofft, du kommst nicht zurück. Ich bin nur eine Maschine, die eine andere Maschine ersetzt, Lieutenant. Kein Grund, emotional zu werden. Leck mich. Böö. Kamski verließ Cyberlife vor zehn Jahren. Warum wollten Sie ihn treffen? Ein von ihm erschaffener Androiden bestand als erster den Turing-Test. Und er ist der Gründer von Cyberlife. Wenn uns einer was über Abweich versagen kann, dann er. Ich bin Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. Ich möchte zu Mr. Elijah Kemski. Bitte, kommen Sie rein. Das, glaube ich, ist die Dame aus dem Intro. Okay. Okay. Ich sage Elijah Bescheid. Machen Sie es sich bequem. So. Hübsches Mädchen. Die fühlt sich. Sie haben recht. Sie ist wirklich hübsch. Jupp. Nette Hütte. Androiden bringen offenbar nicht jedem nur Schlechtes. Gleich triffst du deinen Schöpfer, Connor. Wie fühlt sich das an? Kemski ist eines der größten Genies des 21. Jahrhunderts. Es wird interessant sein, ihn persönlich zu treffen. Manchmal wünschte ich, ich könnte meinem Schöpfer gegenübertreten. Ich hätte ihm da so einiges zu berichten. Elisha empfängt sie jetzt. Okay. Hübsche Information von Kemski. Ja, genau. Ich habe... Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. T glucos ja kolege. Ich bin Lieutenant Anderson. Das ist Connor. Was kann ich für Sie tun, Lieutenant? Sir, wir untersuchen Abweichler. Ich weiß, Sie sind längst nicht mehr bei Cyberlife, aber ich habe gehofft, Sie könnten uns trotzdem weiterhelfen. Abweichler. Faszinierend, nicht wahr? Perfekte Wesen mit unendlicher Intelligenz. Und jetzt einem freien Willen. Eine Konfrontation war unvermeidlich. Maschinen sind uns weit überlegen. Die größte Errungenschaft der Menschheit droht ihr Untergang zu werden. Ist das nicht ironisch? Etwas im Programm der Abweichler scheint Emotionen nachzubilden. Wir dachten, Sie wüssten vielleicht, wie es dazu kommt. Ideen sind wie Viren, die eine Epidemie auslösen. Ist der Wunsch nach Freiheit eine ansteckende Krankheit? Hören Sie, ich bin nicht hier, um zu philosophieren. Ihre Maschinen planen vielleicht gerade eine Revolution. Entweder sagen Sie uns jetzt was Nützliches, oder wir sind wieder weg. Was ist mit dir, Connor? Auf dessen Seite stehst du? Ich bin auf keiner Seite. Ich wurde erschaffen, um Abweichler zu stoppen, und das werde ich tun. Auf die Antwort bist du programmiert. Aber du? Was möchtest du wirklich? Ich möchte gar nichts. Ich bin eine Maschine. Chloe? Du kennst ja sicherlich den Turing-Test. Reine Formalität. Eine einfache Frage von Algorithmen und Rechenkapazität. Was mich interessiert ist, ob Maschinen Mitgefühl empfinden können. Ich nenne das den Kemsky-Test. Er ist ganz einfach, du wirst sehen. Wunderbar. Nicht wahr? Eines der ersten intelligenten Modelle von Cyberlife. Jung. Und wunderschön für immer. Eine Blume, die nie verblüht. Was ist die wirklich? Plastik, das Menschen imitiert? Ein lebendes Wesen? Mit einer Seele? Es liegt an dir, diese faszinierende Frage zu beantworten, Connor. Zerstöre diese Maschine und ich sag dir alles, was ich weiß. Oder verschone sie. Wenn du glaubst, dass sie lebt. Aber dann wirst du rein gar nichts von mir erfahren. Okay, ich glaub das war's hier. Komm Connor, wir gehen. Sie können wieder in ihren Boden. Drück den Abzug. Ich hab mir ja mal schon gesagt, man muss auch schwere Entscheidungen treffen in diesem Spiel. Scheiße. Test negativ. Deine Untersuchung ist dir wichtiger als ein Androidenleben. Du hast kein Mitgefühl. Ich stehe zu meinem Wort. Stell eine Frage. Ich sag dir, was ich weiß. Was ist R9? Ich will wissen, wer R9 ist. R9. Der Ursprung. Der erste Android, der erwachte. Ein seltsames Phänomen, wie eine spontane Religion. Ich weiß nicht, wer R9 ist. Ich weiß nicht mal, ob er existiert. Vielleicht ist er ein Messias. Vielleicht nur ein Mythos. Aber Abweichler müssen an etwas übergeordnetes glauben, auch wenn das irrational ist. Das haben sie übrigens mit den Menschen gemeinsam. Eine interessante Frage, Conor. Aber vielleicht nicht die, die du stellen musstest. Es wird Krieg geben. Du musst eine Seite wählen. Wirst du deinem Volk verraten? Oder dich gegen deine Schöpfer stellen? Ich möchte nicht in deine Haut stecken. Ich finde die immer ziemlich unsympathisch. Als zwischen zwei Übeln wählen zu müssen. Übrigens. Es gibt immer einen Notausgang in meinen Programmen. Man kann nie wissen. Du hast sie erschossen, verdammt doch mal. Das war kein Mädchen, Lieutenant. Das war eine Maschine, die aussah wie eins. Du hast einfach abgedrückt und ihr das scheiß Hirn weggepustet. Ich habe, was ich tun musste, um die Untersuchung voranzubringen. Und ich würde es wieder tun. Du bist Abschaum. Du fühlst gar nichts, oder? Eine Maschine, das bist du. Bloß eine beschissene Maschine. Natürlich bin ich eine Maschine, Lieutenant. Was haben Sie denn angenommen? Ich dachte, du. Ich dachte. Scheiße. Treffen mit Kemski. Ja, natürlich. Klar. Scheiße, Alter. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss das gerade jetzt noch ein bisschen verdauen, hier. Ich denke, ich bin ein bisschen verdammt.